Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer und heute möchte ich dir diese Tuba vorstellen. Das ist eine Amati Arion und warum ich dir die vorstelle, das erzähle ich dir gleich und was es damit auf sich hat eben auch. Ich bin nämlich gerade in Argentinien auf Konzertreise und spiele dann ein Blechbläser-Ensemble mit und wollte da B-Tuba spielen und meine B-Tuba hat leider keinen Koffer, sondern nur einen Geek-Back und das Geek-Back im Flugzeug ist immer eine schwierige Angelegenheit. Entweder man muss ein extra Flugticket buchen, also für den Sitz quasi für die Tuba oder man schmeißt sie eben unten in den Flugzeugbauch rein, aber dann nimmt die Tuba sicherlich Schaden davon. Das wäre doof und deswegen habe ich mir diese Tuba hier ausgeliehen. Die ist in einem festen Koffer drin, sodass ich die im Flugzeug mitnehmen konnte. Und wie du siehst, ist die Tuba auch sehr kompakt, was natürlich für die Reise auch sehr gut ist. Genau, das Modell heißt Arion, ist von Amati. Amati gibt es so nicht mehr. Die Tuba ist ungefähr zehn Jahre alt, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe den Kaufvertrag nicht gesehen, aber ungefähr zehn Jahre alt. Mittlerweile heißt die Firma Cheveny bzw. Cheveny hat Amati, glaube ich, übernommen. Aber das Modell Arion gibt es tatsächlich immer noch. Ja, wie gesagt, das ist eine B-Tuba. Die hat vier Ventile und obwohl die so klein ist, hat die trotzdem den vollen Umfang und die volle Rohrlänge von einer Viervierteltuba. Ja, ich habe jetzt mittlerweile zwei Proben mit dieser Tuba gespielt und wir spielen ein Blechbläserensemble mit ungefähr 25 Bläsern plus Schlagzeug. Das heißt, man muss schon gucken, dass man damit durchkommt. Aber ich muss tatsächlich sagen, obwohl die Tuba so klein ist, habe ich doch die Chance gehabt, diesen 25 Bläsern etwas entgegenzusetzen, sodass ich tatsächlich noch zu hören bin und dass ich auch für diese große Gruppe eine vernünftige Grundlage liefern kann. Genau, also der gute Klang ist auf jeden Fall eins der Pluspunkte. Außerdem, dass sie natürlich vier Ventile hat und die Ventile laufen auch noch alle sehr gut. Das sind noch hier diese alten Ventile. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt, aber die sind sehr gut. Mittlerweile, wenn man die Arion jetzt von Cherveni kauft, sind dann natürlich hier Mini-Ball-Gelenke dran. Das ist klar. Das machen ja mittlerweile alle. Ist ja auch vernünftig, aber auch dieses System funktioniert tatsächlich gut. Genau. Vom Klang her hat es mir gut gefallen. Und jetzt die Minuspunkte. Zum einen sind die Züge leider sehr schlecht gearbeitet. Also der Zug, der Stimmzug hier unten, der geht unproblematisch. Ich habe die Tuba, bevor ich jetzt nach Argentinien geflogen bin, einmal komplett ausgewaschen und geölt. Das läuft super, aber der hier zum Beispiel läuft schon sehr viel schlechter, sehr ruppig, obwohl er gut geölt ist. Und den hier nehme ich ja eigentlich immer ganz gerne zum Triggern, aber auch der ist wirklich schwierig. Und gerade bei dem dritten hier in der Mitte ist es ganz krass. Der ist leider wirklich so gebaut, dass man kaum reinkriegt, wenn man einmal rausgezogen hat. Das liegt daran, dass wenn ich den rausziehe, ich kann das mal machen. Nein, ich kriege ihn gar nicht raus. Also das ist wirklich, so stellt man sich das nicht vor. Wenn ich den jetzt wieder reinstecken will, dann ist er tatsächlich zu breit für das Ding. Das heißt, ich muss ihn unten ein Stück zusammen biegen, damit er oben wieder reingeht. Also da ist bei Amati wirklich nicht besonders gut gearbeitet worden. Das ist so der Nachteil von dieser Tuba. Und der Klang ist halt, da die Tuba etwas kleiner ist, nicht ganz so voll wie jetzt bei einer großen B-Tuba. Das heißt, es ist auch so, dass wenn man sehr laut spielt, dass der Klang eben ausfranst. Das sind die beiden Minuspunkte. Wie gesagt, Pluspunkte habe ich ja schon genannt. Dann würde ich sagen, gucken wir einfach noch mal, wie sie in den verschiedenen Lagen klingt. Ich habe natürlich heute nicht mein großes Mikrofon dabei, sondern spiele jetzt hier nur mit meinem Lavalier-Mikrofon. Ich hoffe, dass das trotzdem okay ist und würde einfach mal, ja, ich spiele mal vom Contra B nach unten. Gucken wir mal, wie es nach unten klingt. Also eigentlich völlig in Ordnung. Und nach oben. Auch da ist sie tatsächlich vom Klang völlig in Ordnung. Und auch mit der Intonation habe ich wenige Probleme gehabt. Ich konnte es ganz gut ausgleichen. Ja, die Tuba kostet aktuell von Cervany, wenn man sie sich jetzt kauft, inklusive Koffer, viereinhalbtausend Euro. Und ich sage mal, besonders jetzt so für zum Aufreisen gehen ist sie ganz gut. Sie ist dann nicht so bei den ganz teuren dabei. Sie hat einen festen Koffer. Das ist natürlich super fürs Flugzeug. Und sie ist eben ein bisschen kompakter. Ansonsten, wenn du sagst, ich suche einfach ein gutes Anfänger-Instrument, dann würde ich eher sagen, kauf dir lieber eine größere Tuba, dann vielleicht eine gebrauchte. Und da kriegst du schon für 2000 Euro weniger ein Modell, was mal mindestens genauso gut klingt, vielleicht besser verarbeitet ist und eben alle seine Wünsche erfüllt. Also wie gesagt, eine gute Tuba zum Reisen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass einen Daumen hoch da, Kanal abonnieren. Und da bin ich mal gespannt, was du so für Tuben spielst und ob du vielleicht auch Erfahrungen mit Amati-Tuben hast, dann kannst du mir Bescheid sagen, beziehungsweise oder mit Chavani-Tuben und wie du die findest. Dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Tuba üben und tschüss.